Ich bin Alexander Hagen, bin überdurchschnittlich intelligent und überdurchschnittlich erfolgreich. Ich bin ein Mann, dem die Frauen zu Füßen liegen. Du musst jetzt nach Hause schularbeiten. Bist du zufällig mittlerjährig? Für Alex nicht. Jetzt rag es nicht, wie du mit Frauen umgehst. Die Wahrheit ist nun mal, die Menschheit kann nicht fortbestehen mit Männern neben Sitzen, Pinke. Seit 24 Jahren sind mir beste Freunde und nicht eine Beleidigung hast du ausgelassen. Haben Sie das schon lange? Wovon reden Sie? Wir nehmen eine Gewebeprobe und schneiden diese Woforungen weg. Sie sind keine Minderfrauen. Heute ist nicht der Tag für Späse, Mädels. Wir sind die Männer. Ich bin in deiner Parallelwelt gelandet. Wenigstens du. Oh Gott. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nicht nur anders aussehe, sondern dass ich auch anders bin. Bist du in der Riesenklitoris? Ich war ein bisschen neugierig auf deine Wohrachung. Du wächst sogar, wenn man dagegen fässt. Und als ich es wieder klein rubbeln wollte, hat es plötzlich nach mir gespuckt. Das ist aber auch eklig, Alex.